Kapelle di San Giuseppe Nummer 88 Am Anfang des linken Seitenschiffes befindet sich die aus dem 18. Jahrhundert stammende Kapelle von Sankt Josef, Kapelle di San Giuseppe. Sie ist durch eine mit arabesken und erkanntes Blättern Verzierung aus weißem und goldenem Marmor auf schwarzem Grund sowie im spätbarocken Stil gekennzeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017